Die Europameisterschaft steht fast vor der Tür und im vorletzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine gab es jetzt ein 0 zu 0, aber eins der unterhaltsameren Sorte. Deutschland war dabei aber dennoch spielbestimmend und dominant, es mangelte vor allem an der Chancenverwertung. Das Spiel hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass das Grundgerüst, was die Formation und die Prinzipien angeht, auf jeden Fall steht. Sehen wir auch hier ganz gut direkt zu Spielbeginn, Pascal Groß in der Toni-Großrolle als Achter neben Andrich, der immer mal wieder abkippt und Waldemar Anton, der hier Rüdiger als rechter Innenverteidiger ersetzt hat. Beide sind elementar für das deutsche Spiel und klar eingeplant unter Julian Nagelsmann für das Turnier, wurden aber trotz ihrer Abwesenheit aufgrund des Champions-League-Finals gut ersetzt. Und das System ist nicht zusammengebrochen, was mich auf jeden Fall sehr erfreut hat, weil es einfach zeigt, dass man im Notfall auch diese Spieler ersetzen kann. Klar ist das ein Qualitätsunterschied von Toni-Groß zu Pascal-Groß, aber ich war da schon ein bisschen besorgt, dass man einen Ausfall von Toni-Groß vielleicht nicht ganz so gut kompensieren kann. Aber das Spiel hat mich wirklich vom Gegenteil überzeugt, auch wenn man sagen muss, dass die Ukraine uns nicht wirklich hoch gepresst hat. Die sind immer direkt in ein Mittelfeldpressing zurückgefallen, dementsprechend wurde das deutsche Aufbauspiel gar nicht wirklich getestet, beziehungsweise ja, es wurde überhaupt nicht getestet. Groß ist dann wie gesagt häufig abgekippt, um einen Dreieraufbau neben den zwei Innenverteidigern zu bilden, meistens eben halb links. Dadurch konnte Anton als rechter Innenverteidiger halb rechts auch immer mal wieder gut antrippeln, weil die deutschen Außenverteidiger dann hochgeschoben sind, jeweils die Breite besetzt haben, während sich die restlichen Offensivspieler von Deutschland alle im Zentrum getümmelt haben und nicht nach außen ausgewichen sind. So hast du die Ukraine auch relativ tief gebunden, die haben aus einem kompakten 5-4-1 heraus agiert, was halt eben Anton häufig den Raum ermöglicht hat, um da anzutrippeln. Im Zentrum in der zweiten Aufbaulinie hattest du mit Antrichter natürlich nur einen Spieler, aber die vier Offensiven haben sich auch immer wieder gut bewegt, gut rotiert und dann auch immer wieder das Zentrum weiter hinten aufgefüllt, wie in dem Beispiel Musiala, der sich fallen lässt, aber ging natürlich auch mit allen anderen, weil die einfach extrem spielstark sind, sei es ein Gündogan, Musiala, Wirz oder Havertz. Also das ist das Grundgerüst, das System, wie wir es auch in den letzten zwei Spielen zuvor gesehen haben und wie es allem Anschein nach auch bei der EM zum Einsatz kommen wird, sowohl im tiefen Aufbau, also im eigenen Drittel, als auch im mittleren Spielfeld Drittel. Die Spielweise ist dabei auf ein Kurzpassspiel und Kontrolle ausgelegt. Im letzten, also gegnerischen Drittel, gibt es auch klare Muster, die man so hin und wieder gesehen hat, auch in den vergangenen Spielen. Aber entscheidendes Tier, und das hat man jetzt auch in dem Testspiel gesehen, weil man da viel ausprobiert hat, auch mit einigen unterschiedlichen Spielern, die unterschiedliche Profile mitbringen, dass man die Herangehensweise hier gut an den Gegner anpassen kann und dann halt dementsprechend entscheiden muss, wem man aufstellt, wessen Stärken man einbringen möchte und das wird jetzt an den folgenden Szenen, die sich in dem Spiel ereignet haben, auch nochmal deutlich. Zunächst einmal hast du hier eine Szene, da kombinierst du dich über den Flügel, Kimi steckt durch auf Musiala, der bedient dann im Rückraum Pascal Groß, der da viel zu frei war und dann den gefährlichen Schuss nehmen kann, aber drüber setzt. Also eine Chance über den Flügel, von wo man dann den Pass in den Rückraum spielt und da den Abschluss nehmen kann. Aber man hat auch in der ersten Halbzeit häufig durchs Zentrum gespielt, viel auf engem Raum. Wie gesagt, die vier Offensivspieler waren meist im Zentrum vorzufinden und da war es extrem schwierig, sich Chancen herauszuspielen, weil ein 5-4-1 von der Ukraine einfach extrem kompakt ist, aber sie haben es hin und wieder geschafft, weil du einfach mit Wirz und Musiala allen voran, aber auch Gündogan und Havertz die Spieler hast da vorne, die sich auf engem Raum auch durchsetzen können und auch wohlfühlen und da ihre Qualität einbringen können, um sich durch das Zentrum durchzuspielen und zu Chancen zu gelangen. Du hattest dann wie hier, das ist jetzt in der zweiten Halbzeit auch einige Flanken, da muss man aber auch mal schauen, man sieht hier alle Deutschlandspieler, die sind um die Ukraine herum platziert, extrem hoch. Das erzeugt ja auch eine gewisse Anfälligkeit über Konter, dazu später noch ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall ist das auch zu loben. So hast du vorne viele Anspielstationen, viele Spieler im Strafraum, wenn du eben die Flanken wie hier reinbringst und du bist halt auch eng an den Gegenspielern dran, falls du den Ball verlierst, um dann ins Gegenpressing zu gehen und dann direkt den Ball zurück zu erobern. Das war häufig der Fall, teilweise auch des Öfteren im Strafraum der Ukrainer, was extrem stark war, auch riskant, aber ich fand das auf jeden Fall ein Zeichen der Dominanz und man war so auch immer torgefährlich. Das war jetzt kein Ballbesitz, wo man nur Querpässe spielt, man hat schon auch immer Gefahr ausgestrahlt. In dem Fall war es eine Flanke von Anton, da hatte man nicht unbedingt die besten Abnehmer im Strafraum, weil halt vor allem ein Füllkrug nicht dabei war, saß nur draußen und hat zugeschaut. Daher ist der Ansatz mit den Flanken wahrscheinlich eher besser, wenn man auch dementsprechende Abnehmer im Strafraum hat. Die Box an sich war gut besetzt, aber du musst dich halt auch durchsetzen können. Dennoch war es, wie ich finde, auf jeden Fall wichtig, das zu probieren und da auch mal die Flanken reinzuschlagen, um das einfach mal in seinem Repertoire zu haben gegen so einen tiefen Block der Gegner, wo man sich schwer tut, spielerische Lösungen zu finden, was man aber gar nicht mal unbedingt getan hat. Klar, oft war es schwierig, aber man hat auch hin und wieder spielerisch die Lösung gefunden, wie zum Beispiel in dem Beispiel. Da muss ich auch mal hervorheben, Führig und Mittelstädt auf der linken Seite zusammen harmoniert wirklich perfekt. Also wir hatten da auch Mittelstädt und Wirtz zu Beginn des Spiels oder wer auch immer dann der linke Zehner war. Auf jeden Fall war das Zusammenspiel von Mittelstädt mit Führig deutlich besser und da sollte man auch wirklich zum Turnier überlegen, ob man das vielleicht nicht sogar in der Startelf so sehen will, weil Mittelstädt hat ansonsten meistens die Breite besetzt, aber mit Führig ist er des Öfteren auch mal in den Halbraum, dann hat Führig die Breite besetzt, so wie in dem Beispiel. Mittelstädt setzt ihn hier gut ein und Führig kann dann den Ball in die Mitte bringen, nachdem er hier den Durchbruch erzielt hat. Weiterer Personalwechsel und zwar kam Maxi Bayer rein und da hat man wirklich am meisten gemerkt, wie man die Herangehensweise mit unterschiedlichen Spielerprofilen wechseln kann, denn er war jetzt ein Spieler in der Offensive, der immer mal wieder Tiefgang geboten hat, in die Tiefe hinter die Kette von der Ukraine gestartet ist. Da war zwar nicht viel Platz, aber er hat es mehrfach geschafft, wirklich hinter die Abwehr zu kommen und dementsprechend hatte er dann auch die gefährlichsten Abschlusssituationen und die besten Chancen von Deutschland. Hier zum Beispiel passt durchs Zentrum von Andrich auf Bayer, der nimmt den Ball mit und ist direkt hinter der Kette und kann den Abschluss nehmen. Auch hier nur ein paar Minuten später spielt man es wieder durchs Zentrum von der Mittelfeldreihe, der passt auf die vier Offensiven und die machen es dann gut, spielen es wirklich gut aus. Der Ball kommt hinter die Kette auf den eingestarrtenen Bayer, der nimmt ihn gut mit und nimmt sich den Abschluss und wieder mal eine gute Parade von Trubin im Tor der Ukrainer. Man kam aber auch weiterhin über den Flügel gefährlich ins Zentrum, hier zum Beispiel Mittelstädt quer zu Führig, der sich auch wieder einen guten Abschluss nimmt. Wieder kein Tor, natürlich, es geht ja auch 0-0 aus und gerade hinten raus hätte man durchaus noch das Führungstor beziehungsweise den Siegtreffer machen können. Hier ist es Kimmich, der gut im Halbraum eingesetzt wird und dann den Ball daneben setzt. Und dann hier war es glaube ich mal eine Umschaltsituation, hatte man so auch noch selten, weil das Spiel jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt ist. Aber hier mal wenig Spieler von der Ukraine hinten und darauf hat die Chance, vergibt aber auch wieder. Klar, man kann jetzt die Chancenverwertung kritisieren, muss das auch, aber es ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben, dass man sich diese Chancen überhaupt herausspielt und zwar konstant und konsequent über das ganze Spiel hinweg. Da waren jetzt keine Spielphasen, wo man extrem passiv war und sich kaum was kreieren konnte. Man war wirklich fast immer im eigenen Ballbesitz auch gefährlich, kam dann häufig zu Abschlüssen und das auch auf verschiedene Wege, also durchaus eine unterschiedliche Chancenkreation, sei es eine Kombination über den Flügel, eine Flanke, eine Kombination durchs Zentrum, Distanzschuss oder eben auch der Pass hinter die Kette. Also man war da durchaus variabel, je nachdem wer auch gespielt hat und das stimmt mich auf jeden Fall positiv. Also mit Ball, wenn man seine Chancen dann auch nutzt, sieht es wirklich sehr gut aus. Gegen den Ball möchte ich jetzt auch nochmal ansprechen, wie man da aufgetreten ist. Da gab es schon noch so ein paar Schwachstellen, aber schauen wir es uns mal an. Wie vorhin schon gesagt, war das Gegenpressing auf jeden Fall top, zwar riskant, aber in dem Fall war man häufig erfolgreich. Ansonsten hat man es hin und wieder auch hoch zugestellt, vor allem bei Abstößen, dann eben in dem 4-4-2, also wirklich ein klares System, dass man sowohl beim hohen Pressing, als auch wenn man sich zurückzieht, spielt. Und das hat mir, wie schon bei den letzten Länderspielen, da habe ich es auch schon gesagt, wirklich gut gefallen. Dann hatte man ein kompaktes 4-4-2, ist dann auch ins Mittelfeldpressing zurückgegangen, ist gar nicht allzu oft extrem hoch vorne draufgegangen, um dann nicht überspielt zu werden, weil die Ukraine ist durchaus auch ein spielstarker Gegner. Und sobald man gestaffelt hinter dem Ball stand, hat man auch wirklich nichts zugelassen. Also aus dem eigenen Positionsspiel heraus wurde die Ukraine, glaube ich, nicht einmal so wirklich gefährlich. Meistens dann eben über Konter- und Umschaltsituationen. Und das ist schon noch ein Punkt, bei dem man definitiv anfällig war. Die Restverteidigung war nicht immer optimal. Häufig hat man es dann auch gut wegverteidigt bekommen. Aber die Ukraine wurde durchaus auch das ein oder andere Mal gefährlich nach Umschaltsituationen, was sich nicht immer ganz verhindern lässt. Allerdings glaube und hoffe ich, wenn man sich noch etwas mehr einspielt, dass sowohl die Absicherung besser wird und andererseits, wenn man mal ein Gegentor nach einer Umschaltsituation bekommt, dass man vorne umso mehr Tore macht. Weil der Ansatz ist zwar riskant, aber wenn man sich weiterhin konsequent so viele Chancen herausspielt, sollte man auf jeden Fall in der Lage sein, mehr Tore wie der Gegner zu erzielen. Und da bin ich auf jeden Fall positiv gestimmt. Ich bin jetzt auch noch gespannt auf das Spiel gegen Griechenland. Wird schon nochmal ein bisschen ein anderer Gegner. Die Herangehensweise, wie sie verteidigen, wird wahrscheinlich ähnlich sein. Aber das ist dann doch eher eine Mannschaft, die über den Kampf kommt und nicht über das Spielerische wie die Ukraine. Aber was sagt ihr zu diesem Spiel oder generell dem Zustand der deutschen Nationalmannschaft? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!